Tairia Oberfläche Tairia Ober... Ich renn fast in die Gegner rein Ich hab voll vercheckt, wo es lang geht Ach da Ich weiß, wo es lang geht Ich greife die anderen an Nicht den Champion dieses Mal Hauptsache... Ach egal, renn Ja, renn rein, ich renn zurück Ich glaub, wir schaffen das nicht Glaubst du? Ja Weil ich schon wieder down bin Ist recht, Eisbogen wäre geil hier, ne? Ja Ich mach einen Ich bin schon wieder down Ja, wir müssten dafür aber... Alter Könnte nicht sagen, dass wir vorhin Erfolg gekrönt sind Stimmt, das würde ich sagen Also allzu weit sind wir nicht... Mein Gott, ich werde weggekickt hier von den... Ja, ich auch, die ganze Zeit Mein Gott Ist das denn nerviger Dungeon? Wer kann auf die Idee, diesen Dungeon zu machen, ey? Weiß ich nicht, aber der Dungeon ist eigentlich ganz geil Hauptsache, wir gehen auf sonst wen Ja, diese scheiß Kämpfer sind, dass die uns wegstoßen immer Ich hau den jetzt um Ja, hau den mal um, ja Mach mal hier ein... Ding ins Jahr Ich habe sie gar nichts gerade Egal Geht doch Endlich So, jetzt nur noch diesen Champion hier eben legen Ja, vorhin war auch noch ein Champion down, dann klar Ja, 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 aber dann stand da vorher noch 0 von 7 Separatisten getötet, ne? Achso, wo stand das? Jetzt steht gar nichts mehr Ne, genau da, wo das nämlich nichts, wo jetzt nichts mehr steht, stand das Klingt komisch, ist aber so Ja, ich glaube dir schon Der macht übrigens einen schönen, äh, Geräusch beim Schuss Ich habe übrigens Twilight Princess angefangen am Samstag Ach cool Ne, am Freitag Ja Ähm, weil ich konnte den nicht anfangen, äh, ich konnte Wind Waker nicht anfangen, ähm, weil wegen, ähm, Gamecube Controller waren bei meinem Bruder und als ich mir die, äh, Wii hochgeholt habe, alles drum und dran, war es 1 Uhr, halb 1 Da dachte ich mir, ähm, nein Die jetzt holen, äh, nein, da würde ich ihn wecken Das ist ja so, zahl von dir Ja, deswegen habe ich Twilight Princess angefangen Oh, guck mal, hier ist die Truhe Und ich habe nur Mock drin Das ist schon wieder so ein Drecks Champai Ja Bin ich immer den falschen Skill als erstes Nutzer Erst 3, dann die 2 Ich mache es immer andersrum Ich habe nichts gegen Champions Champions sind gut Ich habe übrigens letztens diesen Champion Train, äh, im Eisklammsund gemacht Ist auch ganz lustig Und da gibt es kein Zwischenzerk wie im, ähm, Königental War ganz amüsant da Habe auch einiges an seltenen Teilen bekommen Also hat sich gelohnt Dafür, dass ich das nur eine halbe Stunde gemacht habe, zwei Runs Habe ich, glaube ich, drei seltene Teile bekommen Gut, das war jetzt extremes Glück Aber durch diese drei, äh, drei Drei Runs Hatte ich dann Diese vergoldeten Schatollen und diese Exo-Rucksäcke Wo halt, äh, ne Ja Exo-Waffen aus unseren sein konnten Und das ging eigentlich Ich habe mir Melvin gesagt Den Tipp gegeben, wo das anfängt Und so, da habe ich das einfach mal gemacht, gestern Oh, Talisman der Stärke, wo kann ich das denn draufhauen? Da Zack, 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 zack Wir haben den versteckten Vater entdeckt Den brauchst du nicht, ne? Was denn? Das, was ich gepostet habe Äh, genau dasselbe trage ich, also, nein Oh, okay Spürt die Wut Ne, ich hau mal mein Sperrfeuer in die Jagdhunde rein Und gemeinsam toben Geh mal weg, du Scheißhund hier, ey Verpiss dich mal von mir So, wo ist Target, da ist Target Leutnant, geh mal sterben Leutnant ist tot, habe ich gehört Jetzt noch die Wauwies Wauwies, Hunde Wauwies Wauwies Oh, geil, mein Dings ging voll daneben Dein Eissturm Eishagel, wie auch immer man's, wie's heißt Ja Ja, passiert, ne? Oh, was soll's Hab ich gehört Oh, hier geht das nochmal los So Ich glaub, mir wollte grad irgendjemand was sagen Ist zu meiner Tönung gegangen und dreht wieder um Ach, weil wegen deinem Schild Was heißt wegen dem Schild? Du hast doch diese Autoaufkleber bei mir gesehen, als du bei mir warst, oder? Achso, das heißt quasi, äh Schnauze Nein, 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 ich hab draufgeschrieben Aufnahme Das sind so kleine Sticker Aber ich müsste es mir eigentlich mal angewöhnen So einen Roten da einfach hinzuhängen Von wegen, ja, wie bei Skype beschäftigt Hm, das wär lustig Aua, da sollte ich raus Nein, ich geh nicht auf den Lieutenant als erstes Jetzt geh mir meinen Bogen wieder So, ich geh auf die, ähm Auf die normalen Mein Tiergefährte ist schon wieder tot, ey Das stirbt nur noch Ah, die Kämpfer, die nerven ein bisschen, hab ich Irgendwie so leicht im Urin Alles was im Urin ist, ist erstmal gut Nein, eine nicht identifizierte Farbe Und es ist Tautropfen Na geil Ja, finde ich auch Schnell vorher Aua, eher mit den Elis hier, ja Und mir Gut, mein Aua ist jetzt nicht so der geilste, aber Oh, Eisbogen Zack, ich treffe Stimmt, Eisbogen ist schon geil Ja, wie gesagt, der lohnt sich Champion-Vernichter habe ich jetzt auch den monatlichen fertig Ich glaube, der benutze ich öfter mal den Bogen hier Lohnt sich Ja, aber echt, ey Ist doch verrückt hier Keine Ahnung, ach, unser Messmer Ne, das ist Logan, den wir gerade retten Wo liegt denn unser, ach, unser Messmer liegt da hinten Hör auch nicht schlecht Die resten mit Logan, ey Ich hab die Zorja-Gereste auch Separatisten-Lager Hab ich gerade entdeckt Und es gibt keine Punkte Ja, ist mir auch scharf gefallen Stark abgenutzter Helm Ne, Schuppenhelm Ja, genau Trag mal So Um's Tragen geht's nicht Einfach nur haben, ne Ja Oh, Truhe Wo? Ja, wow Ich hab ne gute Ich hab ne bessere Maske bekommen Mit präzis ohne Zustandsschaden Und ich hab ein besseres Schwert gefunden Ich hab ein Dolch Ich hab ein besseres Schwert gefunden Cool Da mach ich mir jetzt aber mein Skin Da mach ich mir eben mein Skin drauf So Zack Jetzt hab ich wieder ne Todesklinge Oh Aua Ah, ich bin gefiert Ich renne die ganze Zeit gegen den Baum Ja, genau das selber problematisch, oder auch? Oha, ey Scheiß Jagdhund Ach, dieser Markhahn stirbt Unser Krieger ist down Passt Scheiße Hat's geschafft Man, diese scheiß Gefähr hier, ey Mein Gott Schon wieder, oder was? Mein Gott, geht mir doch den Sack Ja, man sieht aber den deutlichen Unterschied hier Einer ist gelieft Unser Ele Unser Ele ist raus Er ist einfach aufgegangen Ja Der Sack Der ist gegangen Hat sich direkt aufgestellt Ich bin sofort down Ja, gut Dann werfe ich ihn raus Ja, das Ja, das Ja, so Und dann werben wir mal Wegen Neues an So Und noch die letzten Jagdton hier töten Ja, ich Ich geh direkt in den Nahkampf Jawohl Ist ja gut Boah, Alter Wer fährt denn hier so? Ach, der Separatistenleutnant Okay Ach, der ist halt der Sack Ja, ich hör trotzdem die Hunde um Nein, das sind die Hunde, oder? Mit dem Gebrüll, oder? Keine Ahnung, da wird er drunter ziehen Ach, der steht da jetzt ja nicht, aber Ja, beim Golem-Shadow nicht, dass er zieht Stimmt Achtung, ich zieh Hat er gesagt, vielleicht am Anfang Achso So, wo ist denn unser Achter Unser geiler Krieger hier Ja, der kann sich ja eigentlich hierhin porten, aber nein, will er nicht Egal Ah, genau, zu Last Boss Wurde unsere Beschreibung geändert Danke für dich Wurde, war der das? Ja Story Last Boss, ja gut Du meinst, das wäre uns was passiert, oder was? Genau, ich glaube, das wäre uns was passiert, aber Dem war nicht so Ich habe gerade ein beschädigtes Rüstungsteil ausgetauscht Das fand ich ganz gut Also der letzte Boss brauchen, war zu viert, gar nicht Erst probieren Cool, ich habe gerade 200er Glücksdinger bekommen Okay, dann verwirte ich auch wieder Ja, nur halt Sachen, die keiner von uns braucht Brauchst du einen Kriegshammer? Nein Eine Focke? Nein Nein Gut, also wir werden es wieder Brauchst du robuste Lederstücke? Nein Doch Echt? Für, ist doch für Schneider, ist doch für Lederer, oder nicht? Ja Ja, so wir brauchen immer noch den letzten hier Ja, habe ich über Ach, cool, ich bin Level Up Hey, sexy Lady It was nice to know you Hey, sexy Lady Hey, sexy Lady Hmm, Story letzter Boss, oder wir probieren es einfach zu Zu fünft Ah, jetzt hat sich jemand angemeldet Oh, ein Waldläufer noch Geil Jetzt nehme ich aber Jetzt nehme ich erst mal Das war dann der erste Beste, wenn du dieses Folgt Jetzt nimmst du erst mal Der muss dich gerade voll aufstoßen Bye Du bist ja süß Unser Krieger hat 8.877 Erfolgspunkte Warum fällt der hier so, äh, gnadenlos? Unser Messmer hat 1.000 Und unser anderer Wald, die hat 4.930 Ich will 5.000er Droh haben, ne Ich auch Die 15 Gold, 400 Dias, 10 Äh, Lorbein und den respektierten Erfolgstyp Und der Typ sieht so hässlich aus in dieser scheiß Rüstung, die er hat Guck ihn dir an Ach du Scheiß, komm, wie er anläuft Boah, ey, die ist so hässlich Ja, aber der hat den aufgestiegenen Bogen, ne Oh, das heißt? Der hat, äh, seine Infusionsplätze überlegt, höchstwahrscheinlich Es gibt voll geile Infusionen, ne Ja Das ist hier doch der letzte, ist doch hier der letzte Boss schon, oder nicht? Ja Wir dürfen nicht zu weit zurück hier Sonst reicht er sich? Sonst wird resettet So, jetzt hat mir gerade jemand eine Nachricht geschrieben Aber das ist mir egal So, erstmal hier, festhaltene Wurzeln So, zack Ne, ich glaube, das ist doch der letzte Boss, ja Der wurde auch gerade geschrieben So, ich habe einen neuen Speer bekommen Du hast Ich habe Schulterteile gefunden, kannst du, äh, genietzt du die? Nein Ich habe 32er Ok Das ist ein 38er Du hast ein 29er mir geschickt Verteidigung, achte ich drauf Achso Fertig Äh, 50 Silber Wir sind die Kings 50 Silber, jawohl, entschuldest du mich noch Ich habe bessere Brauchst du dich hier? So, gibt es denn noch was am Ende? Ne, ne? Doch Ein Piraten Ja, geil Geil, gucken wir mal, was er einer bekommen hat Den habe ich bei meinem Mesmer Den Rapier? Ja Ah, sieht cool aus Den habe ich mir mal gekauft Ne, nicht ganz Nein, ich habe einen anderen So Und Level Up, muss ich sagen Ne, doch nicht, fast Ich bin Löwe GZ So Danke Kein Ding So Jetzt haben wir mal einen Dungeon gemacht Und ein bisschen Gold dadurch gefarmt Präzision und Zustandsschaden Ich glaube, ich nehme den Die Schulterteile Ich habe übrigens diesen bekommen Ich verwehrt ihn einfach wieder Ich habe das bekommen Ja, geil, und er gibt mir nicht mal irgendeine Essenz, das scheiß Ding So Was war mit den Schuhen? Kannst du die gebrochen? Welche? Welche Schuhe? Die hier? Nein Du kannst bestätigen, dass die rausgeworfen werden, oder? Ja, ich kann es bestätigen Gut, mach mal So, und nochmal Ich wurde gerade gerufen, aber das ist mir egal Vor allem dieser Vote Band ist voll geil, weil man nur eine Stimme braucht Und zack Das ist so schlecht gemacht, ne? Ja, das stimmt eigentlich Dann hätten sie auch, äh, direkt, äh, hier Kicken können, ja Vor allem der Leader kann das eigentlich der Gruppe Eieiei Ja, egal, so Ist mir egal, was die jetzt wollen, von wegen Essen, oder was die mir zurufen Ich mache jetzt weiter hier Die können nicht mal Ich wohne hier, ich mache die Regeln Sind wir hier eigentlich? Kommen wir hier immer raus? Ich habe alles, was ihr braucht Ja Echt? Wir stehen zufällig vor dem Eingang des Dungeons Oh, hä? Oha Voll vercheckt So, äh, wo geht die Quest weiter? Ach, ne, wir wollten weiter lernen, oder? Warte, ich wollte mal verkaufen, kurz Ja, sollen wir jetzt den anderen Dungeon mal machen? Äh Sind die Katakomben? Meinst du? Soll ich mal gucken, ob wir eine Katakombe von Ascalon eine Story suchen? Ja, looking for mehr P1 und 3, Level 80er, 5000 Erfolgspunkte Mhm Ne Ich habe eine Idee Eieieiei, das klingt gefährlich Ja, wir machen gerade eine Pause Damit wir was essen haben Und ich gucke, was die von mir wollen und dann machen wir gleich nochmal weiter, so ab 8 Ab 8, ab 8, oder? Ja, klingt gut, oder? Äh, ja gut, dann bleiben wir hier so lange spielen Ja, wir bleiben so lange stehen und wir sehen uns gleich wieder Tschüss Und dann gehe ich auch mal was essen Ja, für euch geht es in einer Sekunde weiter, für uns in einer halben Stunde Äh, warte mal, wir brauchen nur einen Vergleich Bei mir ist es jetzt Viertel nach 7 Ja, das war jetzt auch ein Witz ungefähr So, bis gleich Bye Bye Bye